Röder von der 1.XL Schmiede Berlin, 124 Christian Leipard von Smash Fitnesspark, 227 Timor Pobrein von Jutlin Hamburg, 228 Thomas Kalt von Hachbohr, Station Aachen, 229 Marco Gendle, 239 Marian Sturmhügel von Leipard von Jutlin Hamburg, 231 Karsten Wälder von Jutlin Hamburg und Westbody Jutlin Hamburg, Männerbodybuilding über 100 Videogramm Jutlin Hamburg. Mit dem 1.XL Schmiede Berlin, 181 Karsten Wälder von Jutlin Hamburg, 4.XL Sägeziger im Mattern, 242 Kalt von Frio, und 248 Kalt von Jutlin Hamburg, 258 Kalt von Jutlin Hamburg 181 Kalt von Jutlin Hamburg, Acht Athleten in der Meta-Klasse 5, die sich über die Landesmeisterschaften für die Deutsche Meisterschaft reduziert haben. Doppel-Pizze. Doppel-Pizze, rücken-haltig. Doppel-Pizze, rücken-haltig. Doppel-Pizze, rücken-haltig. Nach Tissor. Schieb, weiter schieb. Schieb, weiter schieb, weiter. Ganz rücken raus, mit Beine bedickt. Seitige Drittser. Ich will die korrekte Pose einnehmen, die korrekte Pose, das hintere Bein, das hintere Bein. Und vorne Baumbeine. Und auf geht's! Reinald! Seitliche Brustpuzzeln. Seitliche Brustpuzzeln. Seitliche Brustpuzzeln. Seitliche Brustpuzzeln. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Im ersten Vergleich, die Stadtnummer 220, 224, 229, 224, 229, 230 und 234. Doppelkitzel. Altissimus. Sanktige Brustpose. Altissimus. 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 performs energetic. Altissimus. Das war's für heute. Die Kassen! Nachwiesse los. Seitliche Blussprosiert. Doppelbizeps, Rücken an sich. Latteschen. Sadie-Prizebs-Pusse. Von vorne, Bauchbeine. Vielen Dank, bitte die komplette Klasse nochmal auf eine Linie nach vorne. Kurzes Dreilauf. Das war die Vorentscheidung in der Kategorie. Männerbody will in 5, über 100 Kilo. Acht Athleten am Start. Somit die letzte Vorentscheidung. Mit der hinteren Bühne bereit halten für die Kanzgabe der Top 6.